Nach dem Besuch der Firma Neuhaus waren wir begeistert von dieser Drucklufttechnik. Beginnend mit der Anfrage bis hin zur Projektierung waren wir als Grenzebach sehr zufrieden mit dem Unternehmen J.D. Neuhaus und freuen uns jetzt einen tadellos funktionierenden Kran bei uns in der Lackiererei zu haben. Die besondere Anforderung hier in der Lackierkabine war ein ex-geschützten Kran zu installieren. Dies verlangte eine extrem hohe Abstimmung zwischen den beiden Häusern, um den Anforderungen hier gerecht zu werden. Die Firma Neuhaus ist ein kompetentes Team. Es ist ein altes Familienunternehmen, auch wie die Firma Grenzebach. Das hat was. Die Firma Neuhaus ist ein kompetentes Team. Es ist ein kompetentes Team. Es ist ein kompetentes Team. Es war nicht die Investment.